Du angelst gerne auf Barsch? Dann kennst du sicher das Carolina Rick und weißt, wovon wir sprechen. Weißt, wie gut es Barsche fängt. Jedoch gibt es ein Problem. Und wenn du dieses schon erlebt hast, weißt du, wie scheiße es sich anfühlt. Du hast endlich den perfekten Barsch-Spot gefunden. Und du hast Glück, denn sie sind gerade in großer Beißlaune. Doch dann passiert's. Hänger im Muschelfeld. Rick weg. Du fängst an zu knüpfen. Doch die Minuten vergehen und das Beißfenster ist wieder weg. Nahe den Tränen fragst du dich, wieso hatte ich kein Carolina Rick von Jäger dabei? Es wäre so einfach gewesen.